Moin und herzlich willkommen. Ich bin hart genervt. Ich starte ausnahmsweise mal mein Video in diesem Menü. Ihr seht, Weltklasse ist eingestellt, ihr seht Volksparkstadion, ihr seht 4 Minuten, ihr seht HSV gegen St. Pauli. Findet übrigens heute Abend um 18.30 Uhr statt. Und ihr seht ganz unten in der Reihe, wo die letzten 5 Stühle stehen, HSV gegen St. Pauli, 5 zu 2. Das war eine Partie. Absoluter Hammer. Eine rote Karte, ein Rückstand für den HSV, dann gibt es ein 3 zu 1, dann steht es 4 zu 2 und dann noch das 5 zu 2 am Ende für den HSV. Richtig, richtig geil. Aber Audio hat nicht aufgenommen. Mein Kommentar. Und meinen wunderschönen Kommentar, den wollt ihr euch ja nicht entgehen lassen. Und deswegen starten wir die Partie jetzt einfach nochmal. Also wie gesagt, wir starten bei 0. Ich habe die Partie gewählt, weil es einfach das geilste Derby in Fußballdeutschland ist. Noch geiler als Hamburger SV gegen Werder Bremen und auch geiler als Dortmund gegen Schalke. Ja, viel teilt mich. Mir ist es pupsegal. HSV gegen St. Pauli ist das einzig wahre. Passt auch tabellarisch ganz gut. Entschuldigung. Der Hamburger SV ist auf dem 5. Platz mit 31 Punkten. St. Pauli auf dem 1. Platz mit 37 Punkten. Vorhin hat es noch nicht gerechnet. Das Werder ist auch noch schlechter geworden seit der letzten Partie, die ich hier gespielt habe. Das Spiel findet, wie gesagt, heute Abend 18.30 im Volksbankstadion statt. Beide Vereine haben auch im DFB-Pokal ordentlich reingehauen. Und zwar hat der FC St. Pauli mit 2 zu 1 gegen den BVB gewonnen, gegen Dortmund. Da können sie sich gehackt legen. Und Köln hat verloren gegen den HSV mit 4 zu 3. Also 4 zu 3 hat der HSV natürlich gewonnen. Im Elfmeterschießen, nachdem ja Monsieur Kainz, ehemals Werder Bremen, sehr elegant seinen Elfmeter verwandelt hat. Ist leider nicht regelkonform, aber C'est la vie, wie der Spanier sagt. Im Hinspiel gab es auf dem echten Rasen ein 3 zu 2 gegen den FC St. Pauli. Und die Bilanz in der 2. Liga zwischen HSV und St. Pauli ist auch sehr, sehr St. Pauli-lastig. Der HSV hat gerade mal einmal gewonnen in der 2. Liga. Und ich lese hier, als ob ich irgendwie ein alter Mann bin von meinem Zettel ab. Auf dem virtuellen Rasen habe ich natürlich auch gespielt, die Hinspielpartie. Gab es ein 2 zu 0 für den HSV. Und ich bin voller Power. Ich will mindestens wieder so viele Tore machen wie beim letzten Mal. Habe ich Volksbank Arena gesagt. Ich sagte, ich hätte Volksbank Stadion gesagt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte Volksbank Stadion. Natürlich sagen, mit der Volksbank haben die nichts zu tun. Startformation von uns ist ja gerade gelaufen. Ich habe die so ein bisschen am Kicker orientiert. Ich habe auch die Verletzten, Lautkicker und die Fehlenden, die nicht berücksichtigt sind, Lautkicker rausgenommen. Und habe eigentlich nur in der Aufstellung Wuskovic für David reingepackt. Also Fernandes, Haier, Wuskovic, Schonlau, Muhaim, Meffert, Reis, Kittel, Jatta und Alidu spielen. Und natürlich vorne drin Glatzel. Und wir starten jetzt. Und wenn es keinen Sieg gibt, bin ich stinksauer. Und jetzt bin ich leise. Aber ich bin jetzt so heiß von den vielen Toren, die ich gerade gemacht habe. Also wenn ich da nicht anknüpfe, dann weiß ich auch nicht. Da Reis, ja, ehemaliger VfLer. Auf Alidu, eine sehr geile neue Entdeckung. Und es geht da weiter, wo es aufgehört hat. Ich gucke schnell noch, ja, mein Audio nimmt auf. Ich gucke hier bei meinem Finger, ja, es nimmt auch auf. Und ich hoffe, das Spiel nimmt auch auf. Weil wenn mir das jetzt nicht aufnimmt, dann bin ich todtraurig. Was für ein geiles Ding da in der, weiß ich nicht was, in der fünften Minute oder so. Wir schauen noch mal. Ja, Alidu da mit der Flanke und Glatzel im halbwegs spitzen Winkel da. Geile Kamera und paff. Da ist der coolste Pfosten nicht genug abgeschickt. Vielleicht war auch der St. Paulianer da seinem Torwart im Weg. Ich weiß es nicht. Steht 1 zu 0 für den HSV. Ich hoffe, dass es kein schlechtes Oben in dem Spiel, was wir leider nicht mehr senden. Hat es ganz schön 1 zu 0 für St. Pauli gestanden. Mal gucken. Ja, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Übrigens war Pacarada, der der rot gesehen hat. Nach einem eigentlich gar nicht so brutalen Voll, aber das waren fiese Grätsche von hinten in die Beine. Normalerweise sagt FIFA da, okay, ja, gelb. Aber da hat FIFA aus irgendeinem Grund entschieden, einfach mal rot zu geben. Aber vielleicht lag es im Derby-Modus. Oh, Homer. Ein Homer gesuchter vom Stadionsprecher. Und genau, das hatte ich vorhin auch schon, dass sie bei schnellen Kontern nicht schnell reagieren können. Der HSV. Oh, ja, Burgstaller. Oh, sehr gut von Wuskowitsch da. Oh. Oh. Jetzt könnte die Chance entstehen. Oh, je, je, je. Das muss der Ausgleich sein. Schön blocken. Hier kommt. Tor ist leer. Ich wollte gerade sagen, abseits, ey. Dass sie immer so spät pfeifen müssen, da rutscht mir echt das Herz in die Hose. Ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig, abseits. Boah. Das war wie bei der gleiche Linierichter wie beim letzten Mal. Der sah genauso aus. Ja, klare Satz. Jetzt hatte ich auch gesehen und mich gewundert, warum das Spiel da einfach weitergeht. Naja. Na gut, mal eben zum Einwurf geklärt da. Ja, da zeigt Yatta an, aber nee. Ja, der Pakarada, das war ganz gut, als der fehlte. Da hatte Yatta immer freie Bahn. Vielleicht lag es daran, dass ich plötzlich 5 zu 2 gespielt habe. Oh, Dittgen da gut in Szene gesetzt, aber nicht gut genug. Das ist mir hier alles zu knapp. Oh, Frank Zander da. Frank nach Ingeborg und hält da den Ball auf. Ilse Inge Ingeborg. Ha. Euer Fernandes, ehemals Osnabrücker, auf Haier, ehemals Osnabrücker, auf Reis, ehemals Osnabrücker. Ja, die Osnabrück-Connection. Aber Fernandes war natürlich viel früher als die anderen beiden. Frank Zander. Ja, da haben wir Platz für Glatze. Und Yatta, Yatta, oh, ja, das habe ich vorhin auch schon gekriegt. Die haben es geschafft, bei FIFA die Abschlussschwächen von Yatta mit einzuspielen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, ob da irgendwie im Hintergrund so ein Würfel geworfen wird, der bei allen Ungraden und Geradenzahlen einfach heißt, jetzt schießt er daneben. Ich weiß es nicht. Er wird auch schon gesungen. Hier regiert der HSV. Finde ich sehr nett. Fast so gut wie im DFB-Pokal. In der Partie Hertha BSC gegen Union Berlin. Als gesungen wurde Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Da musste ich schon etwas schmunzeln. Und das war knapp. Das war verdammt knapp. War das Quierry oder so? Oh, da passt und passt und passt und passt. Aber Heuer Fernandes passt auf. Ha. Oh, und reißt da mit dem Flugrettungskopfer. Und das könnte zum Beispiel auch Rot geben. Aber das gibt wahrscheinlich nur Geld. Sonst wäre es nämlich kein Vorteil. Ja, wir haben wieder Platz zum Aufbauspiel. Nein. Ich wollte eigentlich noch einen Schritt nach unten machen. Oh, jetzt nicht noch von Kido und Tor. Was auch immer das war. Oh. Fernandes ist da. Feuerio, ey. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich. Ein Versuch, ein Tor. Ja, bueno. Ich habe, glaube ich, wieder meine Strategie genau. Ich werde wahrscheinlich Winzheimer für Alidou bringen und vornherein Meissner. Das hat eigentlich gefruchtet beim letzten Mal. Weil ja doch Alidou und Glatzel ziemlich schnell kaputt sind. Und da ist auch, glaube ich, Ziereis. Der hat da das gelbe Kader gesehen für dieses Foul, was vorhin zum Vorteil geführt wurde. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe aus Versehen geschossen den Ball. Jetzt können Sie flanken. Ja, okay. Wer so kombiniert, der hat das Tor verdient. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie Sie reagieren. Der letzte Pass war irgendwie so seltsam. Sah aus wie ein Schuss in die andere Richtung. Oder war es ein No-Look? Guck. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, so ist es vorhin auch gelaufen. Nur andersrum, ne? Mir flattert schon so ein bisschen die Hose. Zeigen wir den Pass nochmal. Ne, leider nicht. Kein Problem. Null Problemo. Wie ein beliebtes Alien jetzt sagen würde. Ja, Glatzel zeigt da an, bewegt sich aber keinen Millimeter. Ich spiele ganz bestimmt nicht hier in den Standfußball. So, haut mich um, haut mich um, ich will den Elfmeter. Und, ah, ans Außennetz. Ah, Aluminium sogar. Ich freue mich auch jedes Mal, sind die Tore aus Aluminium immer noch? Oder ist das so irgendwie was anderes? Glasfaser oder so? Ne, Fiberglas wollte ich sagen, nicht Glasfaser. Hier geht es ja nicht um schnelle Internet. Pacarada. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. St. Pauli aus dem Ei. Ei. Gut gedeckt ist halb gewonnen. Ha! Oh. Okay, schon nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen hier. Paff. Ei. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Lucky. Jatta. Ja. Ah. Und der Vorteil ist abgelaufen, weil es ein Pass war. Okay. Oh, geil gemacht von Kittel. Hand. Gelb, Rot und Hand. Oh, Dittgen ist aber ganz schön schnell. Dittgen, was jeder Berliner jeden Tag dreimal sagt. Was ist denn Dittgen? Oh. Oh. Heuer. Heuer Fernandes. Das ist doch eine Mistkacke. Jetzt gibt es hier ein 1-1 auf Fridays vor Fußball gleich oder was? Und Tor für St. Pauli. Ey, das ist so das Gegenteilspiel. Da hat sogar Meisner getroffen. Also da war alles mit dabei. Also deswegen tun wir jetzt alles dafür, dass wir das Spiel noch gewinnen. Ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Jetzt kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Was für eine Aktion. Musste kurz den Spielzug abbrechen, weil ich aus Versehen noch passen gedrückt hatte. Aber Winsheimer scheint nicht der schnellste. Oh. Ja. Da hat mich die Regie abgelenkt, die gerade einfach mal durchs Bild gelaufen ist. Konntet sie leider nicht sehen. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel aus. Vielleicht Killing jetzt die Führung. Boah, wie die hier spielen können. Da ist der Schuss. Oh, noch 10 Minuten und fast das Tor für St. Pauli, ey. Ich sag ja, die Hose flattert wie ein Fähnchen im Wind. Klasse-Keeper, Trapper-Keeper. Okay, diesmal mache ich mal keinen Zombie rein. Oh. Oh, ich dachte, ich muss den Video... Da kann er ihn stoppen. Ich dachte, ich muss noch die Auswechslung skippen. Und die Regie ist wieder durchs Bild gelaufen. Also jeder Ausfall meinerseits liegt nicht an mir. Ey. Oh. Oh. Gut, dass ich da den Torwart rausruhe. Ruhe. Ich habe ein L vergessen. Kaufe ein L und möchte lösen. Und ich weiß, ja, das L ist kein Vokal. Minuten. Bisher ist hier noch nichts entschieden. Buschi. Also wenn sie das Ding... Eddie Irvine. Oh. Oh. Fernandes. Oh, letzte Chance jetzt. Gibt es da hier das 1-1, ey. Ich breche im Strahl. Einfach alles nach vorne. Oh, zu laut. Komm. Lauf doch. Ey. Was ist denn da los? Keine Offensive mehr. Ja. 1-1. Die Euphorie ist verflogen, aber das Spiel hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht eher 5-2 aus wie im ersten Spiel. Aber, naja. Hauptsache, es gibt mal wieder einen Sieg für den HSV in dieser Derby-Sache. Ähm. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und würde mal sagen, wünscht euch gefälligst mal wieder ein Spiel in meinen Kommentaren. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020